ein bisschen aufpassen hier oh hübsch hier im dschungel okay arschlöcher der hat man schon wieder das sind zombies mit macheten und die schießen das auf dich da gehst der instant down das ist mir schon 4 5 mal passiert das ist gescheit was überlebe wurde gedichtet wort noch kommen ja wenn du mitten in den gegnern stehst du dumme pute das ist das problem na gut wo sind ja wieder da auch jetzt muss ich das noch mal machen da ist alles noch kommst du ja löckt mich doch scheiße kommen denn die denn hier alle dachte mir die haben wir schon wo 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 fette sau hässliche aber er gibt gut geld das muss man auch sagen das läuft zu halbwegs das haben wir natürlich alles schon gelootet hier. Ja, dann gehen wir weiter. Diesmal gehe ich vor, nicht, dass die Tussi wieder drauf geht. Das wäre ein bisschen käselig. Die Tussi ist ein bisschen doof auch. Sind doch gefährlicher. Der schießt mal eine Machette in die Fresse. Das ist mal echt schon ein paar Mal passiert. Das ist halt instant tot. Da kannst du eigentlich ja, wenn du das nicht sofort siehst, wenig machen. So, noch mal nicht. Kannst mich mal, du Bauer. Noch mal ärgerst du mich nicht. Scheiße. Dreht euch, ihr Pisser. So. Ähm, weiter geht's, jo. Hier willst du oder wo? Okay. Geh mal hier. Ein bisschen die Lage checken. Nicht, dass da wieder irgendwo Zombies sind und ich eine Machete fließ. Oh ne, fett, zack. Und viele kleine. So, der ist weg. Der auch. Läuft. Einmal heilen. So, die haben wir alle. Läuft. Jetzt kümmern wir uns um den Speckbärd. Hey, lass sie in Ruhe. So. Das ist blöd. Wenn der einen Begleiter zusammenhaut, dann habe ich auch einen Arsch offen. So, alles klar hier. Loot gibt's. Warte mal, da könnte was sein. Oh, da ist auch was. Und was zum Saufen. Sehr schön. Energydrink ist immer gut. So, gehen wir weiter. Wie heißt die Juri? Jui? Juli? Komischen Namen jedenfalls. Ich höre schon wieder irgendwas. Da drüben wahrscheinlich. Links von mir. Ja, da ist auch was zum Waffen. Ja, ja, da sind sie. Geh mal nicht an den Piss. Na, komm her. Oh, fuck. Sag dir, dass du nicht alleine bist. Schön zerschnitten. So, und hier kann ich die Waffe reparieren. Das wollt ihr eigentlich. Wo geht's denn da rein? Hier. Äh, Blödsinn. Hier. Also, ein Snicker gibt's. Ein Äpfelchen. Und noch ein Äpfelchen. Ein bisschen was essen hier. Dann Dingsbombs. Und das ist das Wichtigste. Waffe reparieren. Denn, die müssen ein bisschen was aushalten bei mir. Waffe reparieren. Wichtig. So, haben wir ab, wieder. Haben wir erledigt. Geh mal wieder zur Tusel. Dusi. So, ich geh mal wieder ein bisschen vor. Nur zur Sicherheit. Oh, hier ist nix. Das ist ein bisschen zu ruhig hier, ehrlich gesagt. Das gefällt mir nicht. Dschungel halt, ne? Was ist hier? Alten? Ja, die nehme ich mit. Was ist hier passiert? Ist diese Infection all over the island? Jesus Christ. Das sieht ja noch aus. Alter, hier ist alles tot. Sie sind tot. Sie sind tot. Sie sind tot. Hier ist wirklich alles tot. Alter, Alter. Eine schöne Loot-Party hier. Zumindest. Das wird nie enden, ist es? Da haben wir einen Spaten. Den brauche ich für die andere Mission. Geil. Gin, was machst du hier? Läuft. Geh rein, schnell. Ich will eine Tür für dich öffnen. Ich bin aber auch rein. Nicht nur sie. Wir könnten hier... Danke. Wir könnten nur ein paar Quests annehmen, wenn ich schon hier bin. Das geht auf jeden Fall. Warte, 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 warte. Du hast ne Quest, Loren. So, ich nehme jetzt mal alle... Bring die Loren-Verbände. Alle Missionen an. Schau in Robin's Hut up in the village. Everything gone crazy. Er hat ein paar Medikamenten für eine emergency. Du hast mir das klingt, richtig? Depends auf, was es ist. So, einen anderen nehmen wir auch noch auf, bevor ich hier weitermache. Warte mal, da gibt es noch einen Auftrag. Das ist er da, ne? Den nehmen wir auch auf. Oh, muss ich mir rein. Aber sicher. So, wie gesagt, ich nehme jetzt alle Missionen an und dann suchen wir uns was an. SM, du alter Sack, Moinsen. Na, lebt deine Fresse noch? Was ist das? Bratpfanne, ey. Was für Scheiß gibt es in diesem Spiel? Und vor allem, wie kommen wir jetzt wieder raus? Loll? Ah, hier. So, dann nehmen wir den Auftrag noch an und dann läuft es ja, ne? Bisschen treten dann da noch. So, da. Ne, Matutero. Oh, was für ein Name. Afran fucked us good, man. His Mok stole every single gun we had. Lucky for us, Afrans people didn't get too far though. We heard on the radio that their car got swamped and they're stuck out there, waiting for health. Go there and get our weapons back and I'll tell you how to find Moin. Okay. Nehmen wir auch an, wie immer. Wir haben hier jetzt viele Off-Quests. If you want to get those sons of bitches, you're better hurry. There is a shortcut to the village leading to the canyon and ghost village. Geh that way and you'll sneak up on those bastards from behind. Good luck. Alles klar. So, dann suchen wir uns eine schöne Quest aus. Mit der Haupt-Quest. Warte jetzt nur ein bisschen in Magie über die Neben-Quests. Besorg Verbände für Loren. Mach mal. Das ist einmal das einfachste und schnellste. Das ist 100 weg. So, das müsste machbar sein. Und zwar hier hinten. Hoppala. Kann sie das nicht selber holen, die paar Meter. Gut, hier werden Zombies sein wahrscheinlich. Sicher, sicher, immer gucken. Da müssen wir rauf. So. Da sollen die Verbände sein, ne? Schön. Öffnen. Na, ich schaff's nie in die Mitte. Der einzige Vorteil in der Mitte ist, dass es instant aufgeht, ne? So, schauen wir mal. Es ist friedlich hier. Hier ist nix. Nix tragisches hier. Ich dachte, da ist... LOL. Hat eine Machete im Schädel. Ich bin so... Sorry. Du warst nicht, ich wusste nicht, was anderes zu tun. Schau mal, was hier so ist. Da ist nix. Was ist das? Brabz an die Bräune. Rochenschwanz. Ich nehm's mal. Schwanz ist immer gut. So. Den ganzen Scheiß wieder zurücklatschen jetzt. Gut, die paar Meter da, das schaffen wir da. Locker, zäckig, flöckig. Läuft, läuft, läuft. Oh, da, da, da. Fast runtergeflogen. Hops. So, wir müssen da entlang, da entlang, da entlang. Wo ist die Tussi? Geradeaus. So, hier sind wir da. Also, Lorraine. Oh, dankeschön. Ich werde... Den Scheiß zwar verkaufen, aber okay, ja, ich helfe dir immer. Hm, für einen Blowjob machen wir alles. Aber okay, lassen wir das. So, bring hier fünf Heilkröte. Nehmen wir, wo kriege ich die her, bitte? Scherz. Sollen wir die herkriegen? Oh. Vielleicht auf der Karte ja anzeigen und so? Was ist das da? Fackeln. Fackeln ist immer gut. Ja, wo kriege ich denn die Scheiß? Die können irgendwo im Dschungling sein. Ja, das ist so eine... Wie soll ich sagen? So eine Quest, die... Oh, hier kriegt man nur Quests, sehe ich gerade. Wo bin ich jetzt eigentlich? Hier, warte mal. Links von mir kriege ich Quests. Da. Warte mal, was ist hier? Nix. Hier müsst ihr die Quests kriegen, oder? Ja. Hoppla. Falsche Taste. So, und jetzt... Ein bisschen rechts. Da, genau. Müsste da durch. Geht das? Nö, geht natürlich nicht. Scheiße! Na, kommen wir da rauf? Nö. Wir kommen da rauf. Da kommen wir rauf. Alles klar. Ja, diese Dinge, die muss man wahrscheinlich... Ich sage mal, per Zufall finden. Lebst du? Geh aus dem Weg. Pisser. Pfui! Ekelig! Ohne Scheiß, das ist ekelig. Was ist das? Ja, das kann man verkaufen. Das nehme ich immer alles mit einfach. Oh, das sind die Überlebende. Und wer gibt mir eine Quests? Eine schöne, du gibst mir ein Quests. Bratpfanne, die kannst du behalten. Warte mal, da hinten ist was. Das will ich haben. Weg, 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 weg. Ein Ausweis. Sehr schön. Also, junge... Äh, Bratpfanne, ne? Kata, was geht's? Schau mal die Frisur von ihm an. Denk dir die Haare vor ihm weg. Ich kann nicht hinzeigen, aber du weißt, was ich meine. Denk dir das weg. So, jetzt kann ich. Denk dir das mal weg hier. Das da, ja? Nur das da. Erinnert uns das an jemand? Hadesusso? Jetzt fehlt nur ein Afro-Typ. Du warst nicht da, Sam, aber da hat's einen gegeben, relativ am Anfang vom Spiel, Akt 1. Der hat so einen Afro gehabt, ey. Ohne Scheiße, aber den vollen Afro. So einen richtigen Afro hat der gehabt. So, hier kriegen wir auch noch eine Mission, das machen wir auch noch. Oh. Was? Brian, was geht? Auch so ein Afro-Typ. Aber sicher. Durchsuche die Bunker und bringe Essenskonserven. Also. Ja, aber der Doof ist uns riskieren, ne? Äh, so Bunker. Wo ist der Bunker? Vielleicht mal auf der Karte markieren? Löhle. So, was haben wir hier? Töte die Untoten am Hafen. So. Suche das Flugzeug. Hier kriege ich nur eine Mission. Das ist hinter mir. Hier kriege ich auch eine Mission. Finde das Versteck der Russen. Perge die gestohlenen Waffen. Was haben wir denn noch so? Das mit dem Hafen wäre nicht schlecht. Ich meine, ich bin daneben, ne? Wenn ich schon daneben bin, dann... Dann... Achso, das ist eine Dauer-Quest. Ja, okay. So. Töte Vargas. Das hört sich sexy an. Töte alle Untoten am Hafen. Mach mal das. Ich meine, ich bin daneben, ne? Wenn man dann... Oh. Oh! Halleluja. Nicht zu tief fallen. Oh. Wir töten die Pisse am Hafen jetzt. Harakiri mit meiner Supermachete. Wir könnten aber auch die andere mal ausprobieren. Warte mal, das ist... 5,77. Die ist sogar noch besser. Die nehmen wir die da. So, ich muss da runter. Oh, scheiße. Da geht man nicht runter. Wie kommen wir da jetzt zivilisiert runter? Gar nicht wahrscheinlich. Naja, es geht immer. Ein Weg geht immer. Jo, 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 jo. So. Da ist ein Zombie. Minimum einer. Ich werde mal ein bisschen leiser sein. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018